ja moin leute und herzlich willkommen zurück zu 7 days today heute tag 11 und wir machen uns direkt mal auf den weg zum händler und schauen mal was es denn diesmal gutes für unsere quest gibt des weiteren habe ich die nacht mal noch ein bisschen ja ein bisschen gelootet das heißt ein bisschen hat tatsächlich nur ganz wenig ich habe einfach nur noch mal so ein auto sagen wir mal niedergestreckt um noch die letzten mechanischen teile zu bekommen und ihr seht ihr unten unsere werkbank ist gleich fertig was bedeutet wir können die dann einmal aufstellen und vielleicht dann auch schon das ein oder andere in auftrag geben damit das dann dementsprechend dann hergestellt wird des weiteren leute wenn wir wirklich tatsächlich kein antibiotika finden also dann kann ich es nicht ändern dann ist es so aber ich werde da nicht aufhören ich werde dann aber deshalb nur 25 prozent aber es sind 25 also wenn wir beide bekommen da haben wir zumindest aber 50 prozent wieder ja das nehmen wir natürlich sofort leute also ohne wenn und aber nehmen wir das auf jeden fall sehr gut ich wollte gerade sagen wenn das antibiotika wenn wir keins finden dann ist es halt so ne dann egal dann machen wir trotzdem weiter aber das läuft ja und daher alles tutti ich würde sagen wir machen mal hier die stromzufuhr wieder herstellen das geht so nur in der nacht aber nicht so schlimm b&b machining und co okay das machen wir des weiteren gucken wir mal ganz kurz was der denn gut ist in seinem inventar hat leider natürlich nichts was wir da so jetzt gebrauchen könnten es gibt zwar noch dartfallen und bewegungssensoren ich glaube die funktionieren ja auch genau benutzt um elektrische ereignisse auszulösen wenn bewegung detektiert wird aber ich weiß nicht ich weiß nicht oder sind die elektrozaunpfosten definitiv geiler aber dafür brauchen wir ja erstmal das nötige equipment und das haben wir ja tatsächlich noch nicht mal gucken ob es noch so eine doppeltasche wäre ganz gut dann können wir ein bisschen mehr tragen zwei plätze kriegen wir dadurch mehr nehmen wir auf jeden fall mal mit ansonsten ja können wir auf jeden fall soweit noch nichts machen aber das ist gar nicht so tragisch leute das ist nicht so schlimm die dietriche wären ganz gut in dem wir auch noch mit oder ist ja einer für 300 dann nehmen wir mal nur drei mit ziemlich teuer leute ziemlich teuer der ganze spaß hier aber ist halt so was gewird noch ein eisensperr stufe 2 die frage ist wenn wir eigentlich nicht schon selbst ein eisensperr herstellen ja tue 4 sogar ja ich würde sagen das wird unser projekt dann mal direkt werden leute da werden wir direkt mal gleich noch so ein eisensperr herstellen und ansonsten haben wir aktuell nichts was wir hier irgendwie herstellen können jetzt sind wir als allererstes mal die antibiotika denn dadurch sind wir auf jeden fall schon mal wieder safe für die nächsten tage des weiteren mal ganz kurz gucken können wir hier irgendwo den mod noch installieren damit wir ein bisschen mehr tragen können da könnten wir da brauchen wir es nicht da geht es nicht ihr müsst oder reingehen ja und dadurch haben wir hier die zwei slots jetzt schon mal mehr zum tragen und sind nicht direkt überlastet okay also quest haben war das heißt leute ich werde mal zurückgehen und dann stelle ich mal die werkbank auf und dann werden wir schon mal das erste mögliche herstellen und natürlich auch einen eisensperr so freunde aber ganz kurz ein zwischen fazit also werkbank steht die produziert aktuell schon ein paar ja ein paar ja eher gesagt ein bisschen munition für unsere unser maschinengewehr allzu viel ist es leider nicht aber ich habe mir gedacht ich vertreibe mir noch mal den tag so ein bisschen damit indem ich hier noch die ganzen jobs hier hole zum einen kommt ja hier jetzt gerade einer runter und da hinten liegt noch der eine die nämlich war noch mit und dann sehen wir uns auf jeden fall um abend wieder wenn wir dann eingehen und einmal den strom wieder herstellen das ist tatsächlich direkt bei uns vor der haustür direkt schräg gegenüber also absolut easy going wird das denke ich doch und hoffe ich zumindest sollte auf jeden fall werden jetzt aber ganz kurz aber schnell noch was hier drin ist und auch ein bisschen rüstung und heftchen unser eisensperr ist auch fertig den werde ich auf jeden fall dann geht ja noch einmal herstellen ich hole jetzt mal noch den anderen drop und dann sehen wir uns zum abend hin wenn es dann richtig losgeht by the way vielleicht sollten wir mal zu gegebener zeit hier in dieses pharmazeutische gebäude gehen vielleicht finden wir ja da noch das nächste das weitere antibiotika jetzt sehe ich gerade da hinten ist ja noch ein drop was denn da los heute dann nehmen wir den doch auch noch gleich mit jetzt war ich noch bei dem anderen gewesen und ja fahr ich noch mal zurück und hol den auch noch mit 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 so leute es ist gleich soweit wir produzieren hier erst mal noch fleißig geschmiedetes eisen was wir es nachher gebrauchen ich weiß noch nicht mal gucken auf jeden fall haben wir hier schon immerhin 29 weitere 7,62 mm munition hergestellt und jetzt haben wir zumindest mal 96 das ist zumindest schon mal definitiv besser als vorher und ja wir haben halt leider noch nicht so viel ja hier uns fehlt halt einfach noch gießpulver des weiteren habe ich mal hier eine kiste jetzt nur für getränke und heilung und hier oben ist eine komplette kiste nur mit unseren essensvorräten und damen das ganze war so zumindest so ein bisschen zu trennen aber auf jeden fall das ist jetzt unsere werkbank unsere schmiede und ja ich würde sagen wir machen uns rüber auf den weg das ist jetzt unser schöner eisensperr jetzt freunde und das gebäude ist direkt da drüben aber ich nehme trotzdem das fahrrad mit einfach falls wir voll sein sollten und wir zumindest relativ gut und schnell an unser fahrrad dran kommen sollten dann können wir da zumindest schon mal noch 89 waren es neun weitere sachen zumindest mal zwischen lagern und ja jetzt müssen wir rüber ihr seht auch unsere infektion geht langsam nach und nach runter die wird natürlich nicht ganz weg gehen denn wir haben ja nur antibiotika gehabt für 50 prozent aber das hält uns zumindest mal am leben und sollte uns zumindest so weit helfen dass wir zumindest mal weiter über die runden kommen und vielleicht auch finden wir vielleicht finden wir ja auch weiteres antibiotika was uns dann auf jeden fall hilft dass wir diese infektion nachher komplett loswerden des weiteren habt ihr ja gesehen ich habe in den in den in den kisten waren ja noch da waren da waren ja zwei kisten davon die für die landwirtschaft waren da habe ich mal noch ein paar ein paar beete gesetzt und diese auch schon direkt gefüllt so wir stellen jetzt die stromte vor wieder her das heißt wir gehen hier rein in den bums und schauen mal was uns hier in dem laden erwartet oder aber auf jeden fall zumindest mal wieder schießpulver und die triche und von der erste kollege zwei gucken wer ja der zept auf jeden fall besser als der steinsperr definitiv freunde definitiv geil oma hat also es läuft damit kommen wir auf jeden fall schon mal wieder besser voran und brauchen keine angst mehr haben okay wir hatten auch vorher keine angst aber jetzt sind wir auf jeden fall definitiv ein bisschen geschützer ja hier one hit easy freunde gar keine probleme hier ja keine hier ist noch ein bisschen zeug irgendwo ist noch einer wo kommst du her ich habe schon gesehen haben die von oben oder was jetzt müssen wir das ding mal einschalten dann auch ja dann auch öfters als einmal geschehen bis das ding läuft dann müssen wir hier zwei generatoren wieder anschalten jawoll nummer uno ist am laufen so jetzt müssen wir hier einmal hoch da muss da noch der zweite sein und das sind zwei stück genau und dann müssen wir hier noch ein bisschen säubern Tür auf Tür zu Aber hier hier ist zumindest mal nichts Außer der crazy Brille Aber wahrscheinlich müssen wir hier ran Ahja wir müssen hier außen rum Oh hier ist noch eine Tasche Jawoll Take it We take everything Ah wie der Vogel ey Komm her du Sau Ey wo kommt denn ihr jetzt her Mann Hat weh Freunde Auf mit so einem Scheiß Hallo Das hat auch weh getan oder Jedesens das hat weh getan Erstmal die Tür zu Okay hier ist nichts mehr Ja auch nicht Hallo Hallo Ja was auch gut ist natürlich dadurch dass wir jetzt die Medizin genommen haben Wird uns das auf jeden Fall auch ein bisschen helfen was wieder unsere Ausdauer angeht Denn die ist ja aktuell auf jeden Fall zumindest bis jetzt ganz gut Ich hoffe das geht weiterhin so Das wäre auf jeden Fall sehr sehr stark Könnte es nicht hier so gebrauchen dass wir keine Ausdauer haben Das ist schlecht Das ist schlecht So was Ne da ist nichts hinten dran Hier ist bestimmt wieder nur Kaffee Don't need Kaffee Gibt es hier irgendwas Gutes Nö nix was wir brauchen tatsächlich So wir nehmen natürlich jetzt hier einmal wieder unsere Steroide Einfach nur damit wir hier ein bisschen besser überleben was natürlich letztendlich unsere Ausdauer betrifft Denn das geht ja dadurch dass wir ja so viel mit uns schleppen Belehren wir ja auch ein bisschen Ausdauer Das könnte der Ausgang sein Wir müssen nach oben Zum zweiten Generator Na wo seid ihr Freunde Kommt raus Ich warte doch nur auf euch Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Schuhe Ruhe jetzt hier Wir machen jetzt so eine Zucht In dem Haus Ah alles klar okay Got it Niemand hier drinnen Nö Machen wir was zum trinken Hier ist auch nichts hinten dran Dann looten wir mal noch schnell hier den Kram Was zu essen Jo Maismehl Knöchelchen Nicht so viel Zeug Was wir gebrauchen können Tatsächlich Gucken ob wir hier noch was haben Ohne freshe Brille Gucken wir mal gleich was das für eine ist Die bringt uns mehr Standhaftigkeit Naja Egal Die wird verkauft Freunde Können wir ja auch gebrauchen Knäde Ist auch immer wichtig So Ich hab doch hier schon Ja Okay Okay dann einmal hier hoch noch Ich denke das könnte das letzte Stockwerk sein Hier wird's bestimmt nochmal lustig Ja Der ein oder andere Ich geh mal kurz hier rüber Hey Hey Ich geh mal weg da Freunde So nid So nid So dann haben wir erstmal das Ding hier an Komm schon Funktionier Weil Zombies sind keine mehr da Oben steht schon Säubere Gebiet ist abgeschlossen Muss nur noch das Ding hier laufen Einwand frei Leute Haben wir hier einmal die komplette Strom zuvor wieder hergestellt Das ist doch sehr erfreulich Was das natürlich jetzt letztendlich für Auswirkungen hat Ob das jetzt irgendwie dem ganzen hier einen Vorteil bringt I don't know Aber für uns auf jeden Fall Denn wir können dadurch wieder eine Quest dem Händler abgeben Und kriegen dadurch natürlich auch wieder ein bisschen Cash Und vielleicht auch mal wieder was Gutes Sinnvolles So jetzt machen wir mal noch schnell hier die Boxen auf So dann schauen wir mal rein hier A noch ein Heftchen und ein bisschen Öl Und noch ein Heftchen Ein bisschen Öl Und einen Reifen So ich habe jetzt tatsächlich überhaupt gar keinen Tresor gesehen hier unterwegs Aber gut Ist dann halt so Kann man jetzt auch nicht ändern Dann heißt es jetzt Leute Auf jeden Fall einmal zurück zum Häuschen Und Ja ich räume da noch ein bisschen Den ganzen Kram ein Und wir sehen uns dann auf jeden Fall In der nächsten Folge wieder Bei Tag 12 dann Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag Wenn es euch wieder gefallen hat Dann lasst mir sehr sehr gerne ein Däumchen da Vergesst nicht das kostenlose Abo Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Und bis dahin Ja passt auf euch auf Alles Gute Macht's gut Ciao Kakao Ciao Kakao Ciao Kakao Ciao Kakao